Willkommen zu einem neuen Video und heute starten wir eine Serie, kann man nicht mal Vergrüßung machen, mit Noah. Die werden wir ab jetzt machen. Und es wird heißen Road to Trine Peaks. Und ja, wie es schon anhört, wir werden so lange spielen, also die Serie machen, bis wir Trine Peaks sind. Bei mir auf dem Kanal seht ihr immer montags das Video, vielleicht auch mal freitags, aber eher nur montags. Und bei dem Noah, den ihr jetzt abonnieren könnt, einfach in die Videobeschreibung gehen, da könnt ihr auch auf unseren Discord kommen. Und ja, wir legen dann jetzt mal los. Noah, hast du einen Totengräber? Ich bin schon dabei. Nee. 130er oder so. Weil ich habe meinen jetzt abgelegt, versehentlich, im Lager. Nö, das ist mein stärkstes Gerät. Ja, ähm, wir müssen nichts evakuieren. Da vorne ist schon eine Hülle. Wäre sowas? Hier! Hier ist ein Lager! Müssen wir die töten? Ja! Ich fand noch eine Waffe. Eine gute. Eine 8. Ja, die geht. Was will ich denn jetzt vorne reingreifern? Oder warte mal, geht vielleicht eine... Nocturno? Hä, mein Nocturno ist weg. Ja, mein. Nö. Ja, gut, dann... Ey, ich will die Kohle. Was? Stopp, stopp. Hast du sie jetzt genommen? Was? Nö. Weiß ich nicht mehr. So, lass es direkt zur Nächsten. Erstmal so viel Sprengwulver herstellen, wie geht. Warum? Weil ich das wie... Äh, ich gehe mal da oben hin, oben rechts. Gehst du unten links? Okay? Ja. Okay. Oh, was ist denn das? Was? Hä, bei mir wird doch ein Überlebender angezeigt. Ich hab mal hin, der wird angegriffen. Danke. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Entschuldigung. Ich weiß, es ist viel... Ich kann ohne nicht weg. Hier irgendwo in der Nähe. Was? Suche den Standort des Madkits auf deiner Karte. Madkit. Wo ist hier ein scheiß Madkit? Hä? Da oben. Hab noch ein Lager. Oh, hier ist irgendwo ein Madkit. Überleben da in Gefahr. Oh, jetzt muss ich den noch retten. Die spielt einer Lager und Konferenz. Und was ist denn klar? So. Okay, wir erst mal. Ich hab jetzt... Was jetzt alle mal ein Abo da? Würde ich schon sagen. Und ein Like. Gibt diese Serie. Und... Ja. Kann aber auch sein, dass ich manchmal... Deswegen müsst ihr immer verfolgen, wenn ich streame. Dass ich auch manchmal, wenn ich streame, eine Mission mache. Aber müsst ihr dann ja verstehen. Oder auch wenn ich privat mal zocke. Dass ich... Dann vielleicht auch manchmal meine Mission mache. So. Was will er jetzt noch? Willst du wenigstens geschenkt da? Nee. Ja, ich muss irgendwo ein Madkit suchen. Siehst du irgendwo eins? Ich will... Oh, oh, oh. Aha. Ich will zu Miniboss. Hm? Ich will den Miniboss haben. Wo ist denn das wieder der Überlebende hin? Oh, fuck. Wussten wir hier ein Madkit nur... Siehst du irgendwo hier ein Madkit? Was ist das hier? Hä? Ah, da unten. Da muss ich schön... Unsere Festung wird angegriffen. Ich muss ganz unten... ...rechten. Zack. Ja, moin. Das war erstmal wieder komplett. Hoverboard auspacken. Und hinfahren. Überleben da in Gefahr. Oh, was. Ah, da ist es Madkit. Hier, zack, gesammelt. Ah, noch eine Truhe. So, schnell hier durch. So. Ja, ich hab ein Lama. Nur ich hab ein Lama, komm schnell zu mir. Äh, geht eh nicht mehr. Ist zu spät, bis du kommst. Also, ich weiß, dass wir die Öffnen kommen. Nimm ich die Minis, ähm, das ist so ein großes, wo man draufhauen kann. So, erstmal alle gekillt. So, nächster Überlebender. Haben gerade einfach nur noch ein bisschen Schrauben. Da oben ist noch einer. Und da unten ist noch ein Lager. Hier ist noch ein Lager, da kommt man Holz. Ist das denn der Herst? So, da unten ist noch Blue Glo. Weißt du, wo noch ein Überlebender ist? Ah, da oben ist noch ein Mission-Dings. Ja, das muss ich aufsammeln. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da oben ist noch eine Belohnung. Oh mein, einfach nur Holz. Weißt du, wo die eine Belohnung, also wo noch ein Überlebender ist? Ich fahr mal hier aus, noch und vielleicht sehe ich noch eine Höhle. Gibt's ja auch noch manchmal. Oder wenn nicht, ich gehe jetzt einfach mal in die Stadt. Noch ein paar Autos holen. So. So. wahrscheinlich gibt mir das auto mit 1000 auf den schrauben was ist nicht also wie der eiswagen dass die klingt ja auch nix nun mit hielt ich muss mal ganz kurz ich bin auch gleich so schnell geht es dann auch heute aufheben wie weit weg kann ich denn das tragen warte und das bis ans andere ende der melb ich hab da gerade so ein ganz komisches ding das kann ich bis ans ende der map tragen da fliegt man einfach auf die komplett andere seite bis hierhin komm hier mal hin komm mal her nur zack warte guck mal wie weit hier bin ich wo bist du komm mal her da passiert komm mal ich zeig's dir hier geh mal da durch und guck auf die karte guck mal auf die karte wie weit weg bist lol jetzt einfach mal da unten hin ist doch mega nice jetzt weiter fliegen so wir müssen doch noch hier evakuieren weil wenn hier keine überlebenden sind kann man ja schlecht evakuieren oder liege ich da falsch so neuer teleporter so alter nur ich habe einen neuen teleporter gesetzt komm mal her richtig op hier so würde mich mal sagen die musterern müssen eigentlich fertig sein Warum geht die so lange? Weißt du, warum die so lange geht? Ist ja mal mega blöd. Spitzhacken! Ja! Get wrecked! Und vielleicht kommt ja bei mir auf dem Kanal noch ein Video, wo ich mit Noah vielleicht einen Spitzhacken-Duell mache. Noah hättest du da Bock drauf? Ja, aber... Nicht zu bangen. Okay, dann halt nicht. Also... Mit meinem Kanal werden auch ab und zu vielleicht mal Black Ops 3 Videos kommen. Also, wenn Paul nicht verlinkt, auf jeden Fall. Abgeschick. Verlink dich gleich gar nicht. Ne, doch, ich... Ich verlinke dich. Ich verlinke dich. Ne, ich verlinke dich. Täusche ich mich, oder ist hier noch irgendwo ein Überlebender? Also, ich sehe jetzt mal keine... Also, ich würde dann jetzt auch sagen, das war's mal mit dem Video, weil... Wir haben ja alle evakuiert. Schaut! Ihr müsst ja nicht unbedingt sehen... Bei Noah vorbei. Die Wohnung einsammeln und so. Ja. Schaut auf jeden Fall bei Noah vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und die könnt ihr alle mal abonnieren. Und liken. Und... Ich würde dann auch sagen, guckt nur bei unserem Instagram vorbei. Und... Ciao! Ciao! Ciao!